Moin moin, liebe YouTube-Freunde! Heute mal eine kleine Ankündigung. Und zwar geht es um die First-Look-Videos oder Angetestet-Videos. Egal wie sie heißen, es geht einfach darum, einen kleinen ersten Einblick zu verschaffen und euch schon mal eine Idee zu geben, worum es in diesem Spiel geht oder wie man es spielt. Ja, aber da muss es nicht unbedingt enden, denn nach dem Video könnt ihr gerne um die Comments schreiben Hey, du blöde Sau, spiel das doch mal bitte in einem Let's Play. Und das machen wir natürlich gerne, also scheut euch nicht, uns mal hier so richtig schön die Meinung zu sagen. Naja gut, auf jeden Fall sehen wir uns dann im nächsten Video oder irgendwo an einer Bushaltestelle in Südfrankreich. Bis dann, wiedersehen, euer Rainbow Johnny.